hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play my time at porsche ich drehe hier den sound etwas leiser weil mir gerade etwas aufgefallen ist und da wir einige videos sind momentan keine daten verfügbar es können deshalb informationen fehlen oder unpräzise sein auch so ich bin gerade nebenbei die folge für heute am hochladen und ja wir gehen jetzt endlich mal aus dem haus raus wenn wir einen tag schon vertrödelt von anton ok anwärter ich habe ein kuffer klingen so passt auf wir brauchen jetzt eine schleifmaschine das heißt wir brauchen stein kupfer und alte teile das heißt wir gehen jetzt erstmal in die alte ruine auch wenn wir zwei quests haben brauche ich gerade schnell mal kurz ähm kupfer ja ja 80 goals richtig viel cash das heißt unsere priorität liegt auf kupfer und steine und alte teile das heißt wir brauchen eigentlich alles das belastend weil naja das braucht jetzt an das lied jetzt einmal kurz da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 unsere ganze ausdauer war ballern bald sonst haben wir ganz schnell das problem dass sie zwar jetzt materialien haben aber wir es nicht brennen können weil wir kein holz haben und das wäre ja auch nicht so geil ich sag mal so wie es ist so und 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 So, dann Brenner an. Dann können wir morgen die Schleifmaschine fertig machen. Dann machen wir den Platz. Wie viele Daten haben wir gefunden? 3. Wir brauchen 5, um damit richtig was anfangen zu können. Benzin aufgebraucht. Wir brauchen erst Benzin. Benzin! So. 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 Geldmeer. Erze. Metall. Er will, die hat einen Auftrag. Ja klar. Ja. 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 Ja, natürlich ist Emily. Ja. 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 stein holz du 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 ja das tue ich erstmal gerade weg auch wenn das in der falschen truhe ist aber das ist mir gerade egal etc noch dann kann ich dass das dass das das kann ich erstmal alles beiseite tun was ich gerade nicht braucht hier die alten teile können wir auch weg brauchen war gerade eh noch kupferbarren haben wir gerade keine mehr aber schleifstein ja dafür brauchen wir holzbretter und noch zirkot das sind alles so sachen die wir noch bekommen werden die war hat seine angel bekommen dann 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 ja 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 ich mach erstmal die zwei dann hole ich jetzt noch ein bisschen holz Und dann gehen wir noch mal in die Ruin. Du, 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 du. Stein, Ziegel, Kupferklinge, mehr ist da nicht? Nicht mal alte Teile oder so? Dann machen wir zumindest den Handelsauftrag schon mal fertig, da läuft gerade Emily lang, Kupferklinge und da eins läuft. Hi. Yo, see you. Komm schon. Komm schon.